Hey Ganschi, willkommen zurück. Neue Folge ist South Park. Wir müssen... ...futzen. Wir müssen hart einen abseilen. Oh ja. Ich finde, ich kriege da raus. Ah. There it is. The end of the giggling donkey. Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters! Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Deucebag? Let's go inside. Insade. Jawoll! Close, Sir Deucebag. The end of the giggling donkey harbors the Scum of all Zaron. A glass of Meadlewein, please. No Meadlewein today, only Fairy Ale. A pint of Fairy Ale, then. Warte, der trinkt Feenbier. So, has anyone seen the Bard lately? Ganz unauffällig. A cup of Fairy Ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure he's here, alright. He's got a room down in the cellar. Ah! And I shall pay handsomely for his services. Is there a douchebag? Butters, douchebag, go down and flush him out. Princess Kenny and I will be waiting here to murder him. Remember, the Bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Do you think the Bard is really down here? Oh, there is definitely a lot. Oh, cool. Oh, nice. Geldschraubenzieher. Baseball card is 40. Ah, and... And Bullshit. Okay. I think I hear him. Hello? Oh Jesus, it's the Bard! Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in! Douchebag! It's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 bot. And with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant... 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 Mag... Magical songs of enchant... With 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 magical songs of enchant... Der Vater, ey. There once was a Maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Alter, ey. Okay, komm. Dann... Oh, angewiedert. Buy the hammer of Butters! That was the most perfect throw I've ever seen. That wasn't so bad. No. It's good to find. I think. You're a straight trippy shit. I have a nice lance that she set up on. The Maiden from Stoneberry who is also your mother. Okay. Okay. Willst du nicht Butter heilen? Achso, ne. Für ab. Der Butters kann sich selber heilen. Okay. 40% wie viel? Für ab. Für ab. Und... IT ins thrieri hier! Also, das dafür sh church. Ist so geil einfach nur. Achso, das hatten wir ja gelabelt. Okay, dann geben wir den jetzt. Und... Das kommt der selber. Was hältst du jetzt ab oder was? Alter, ohne Spaß. Die Musik ist jetzt gerade so wie bei Sherlock Holmes. Also, das Getröbe. Oh, da sieht nur noch Furzen aus, oder? Ach so. Ich hätte es auch so gleich haben wollen. End of the line, Bucker. Windwaker? Haha, das ist lustig. So. Okay, benutzt die Furze. Halt die Maus, gib der Furze nach unten. Ah, okay. Alter. Läuft. So. Oh, weißt du, da kann ich das hier nochmal machen. Ah, Shotcut oder was? Ja, aber wollen die eigentlich töten, oder? Sicher, sind verkackte Elfen. Auf hier. Fuck you asshole. Moment. Warte mal, da, da oben. Du kannst, du kannst Dings bestimmt. Da, 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 da. Ne? Am Fenster. Da, da. Da, da. Ich werde das hier anhalten. Au. Au, mein Ankel. Ich denke, es könnte gebrochen werden. Vielleicht sollte ich es mal schauen. Ja, das geht nicht. Ach so, doch. Vielleicht wenn ich hier rüber laufe. Andere zur Seite. Und da kann ich es auch machen. Kleine Nadel. Und drüber Y. Angriff in 5% Rüstung. Bist du 5% Rüstung? Krass. Ich bin gegen die Kämpfung. Ich habe viel größere Leute als du. Na, das neue Kind hat. So. 3 Rüstung. Das waren sie. Ha ha ha. Ach so. Ich habe die größte Leute als du. Na, das neue Kind hat. Scheiße. Da habe ich kassiert. Konto, Alter. Boah. Scheiße. Da habe ich kassiert. Jetzt hat er aber reflektieren an. Ja. Jetzt verschießt er aber nochmal auf den Unterricht. Wie soll ich da? Ich dachte, der Oberrad reflektieren an. Boah, Alter. Alter. I got your back, you. Alter. Das gezwiebelt. Okay. Der Unterricht. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Jetzt hat er wieder Rüstung. Ah. 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 Da füßt. Ah. 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 Jimmy-Ding. Da. Do it. Oh, Frevio. Vergesst dich das Handtopp zu bringen. Für die alte Kugel! Oh nein, du... Eheh, jemand hat Hilfe! Das kam aus der Küche. Okay, warte, Cartman. Ey, der hat eine Gasmaschine. Der ist ein Fütz gegen die. Wir müssen einen Hepper! Frech. Ah, oh mein... Du wirst nicht geklappt, F**ker! Ah, ah! Ah, das geht noch nicht. Da gehst du schon später hin. Hey, Cartman! Ah! Wie ist das Cartman frei? Sie klauen den hier aus der Küche. Nein, das ist auch immer die weg. Gute Arbeitsschläuter. Mach dir wie viel mehr Damage? Muss ich aber immer so sagen. Aber jetzt kannst du ja die beiden... Fühl, das Ratchet ist Furi! Warte jetzt. Nimm sie hart! Wohl, Junge! Das ist mit Auer gemacht. Oh, jetzt ist das zu schnell. No, 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 no! Oh, wirst du mal hört? No, 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 no! Der hat Flitzerdeckel in der Hand. Oh, der reflektiert. Okay. Also, hauen wir dich einfach. Warum kann ich den da oben echt nochmal schlagen? Weil das verdient wird? Okay. Wieso muss ich den Maus probieren? Okay. Oh! Jesus Christ! Alter! Ne, der ist immer noch reflektiert, oder? Der steht da nicht da oben bei? Ist der noch gut? Ja, der ist immer noch reflektiert. Ja. Und ich weiß, was passiert? Ach so, da kann er nicht mehr wiederbelebt werden. Der kotzt sich aber auch die Seele aus dem Leib. Nicht genug Mann haben. Scheiße, hab ich versaut. Der hat eine Rüstung. Den sollten wir eh nicht hauen. Ne, den schuhen wir einfach weg. So, jetzt ist er betäubt. Jetzt hab ich halt nochmal. So, jetzt ist er wieder betäubt. Das hat er zweimal hintereinander geht, der ist voll frech. Und jetzt hab ich ja... Hat der noch reflektierer? Ne, jetzt kann er ja nicht, jetzt ist er betäubt. Das war immer wieder der Premium-Schuss vor dem Herrn, ne? So, der ist voll. Scheiße, hier war der, was war denn der ersten von den Schuss? Oh, scheiße! Dein Welt ist der Kommand, mein Herr. Soll ich den König, mein Herr? Oder vielleicht lass ihn nur noch ein bisschen mehr zuhören? Ich bin nicht tot, du kannst mich noch nicht. Ich bin nicht tot, du kannst mich noch nicht. Nein, verdammt. Ja, Herr, sicher. Geh raus, Freunde. Seine Macht waren zu stark. Der Pferd. Er ist in einer von den Rücken. Sie nahmen Prinzessin Kini. Sie nahmen sie hoch. Ich bin sicher, sie werden sie verraten. Lass sie nicht verraten, Prinzessin Kini. Ich bin nicht tot, du kannst mich noch nicht verraten. Nein, verdammt. Stimmt, wir hatten jetzt zwei neue Aufsätze. Ja, sofort mal nachgucken. Er ist noch nicht mehr auf die Verrüstung. Oh, elfische. Oh, ja, interessant. Warte mal, welcher war denn besser? Ja, der mongolische. Deutlich. Oh, ja. Ah, okay. Der ignoriert jetzt auch noch Rüstung. So, dann habe ich jetzt. Das ist neu. Das hat sogar für fünf mehr Schaden zu. Da kannst du, haben wir nicht... Also irgendwas, was vielleicht nicht so wichtig ist? Eine Widerlichkeitsseite, das war die Synergie. Was waren denn die Handschuhe? 5 CP. Okay. Tja. Wir sind echt voll der Fernkampf, Jude. Ja, meinst du die Jugend gehen in den Nahkampf, oder was? Ja, komm. Scheiß auf den Scheiß auf den Synergieeffekt. Was haben wir denn noch? Der Synergieeffekt... Achso, hast du jetzt das aus der Waffe rausgeholt? Ne, ne? Ne, ich habe das jetzt hier aus der Mütze rausgeholt. Okay. So... Und das mit dem... EP... Äh, Quatsch machen wir noch raus. Weil... Bringt halt nix. Wieso das war denn in der Nachkampfwaffe drin noch nicht? Ne. So, klar. Stimmt. Ja, gut. Was hast du gesagt? Was stimmt? Was stimmt? Was stimmt? Okay, jetzt geht los. Oh oh. End der Linie, fucker. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wahrscheinlich kann ich das jetzt draufschieben. Guck mal, ich will die geilere... Ich will die geilere Sache. Wir müssen uns in eine wirklich meane Online-Review geben. Geht euch die Magik auf der Frontdrehe, Deucebag! Da die, die Lampe. Okay, öffne die Tür! Ah, da bringt sie. Ach ne, da kannste ich draufschieben, oder? Geht euch die Magik auf der Frontdrehe, Deucebag! Ach so, muss ich den anderen nehmen? Ach so, da hat mein... Okay. So, da kommt Token! Für den KKK! Alter, das ist so geil. Alter. Was? Hast du den Toten gehört? Schlagmacht darauf ein. Ich hab' noch weiter. Ja, ich hab' noch weiter. Ja, ich hab' noch weiter. Ja, ich hab' noch geile Sache. Oh, ne? Oh, der ist so fies aus. Nexenjäger! Oh, der kann so triffen. Das heißt, hier muss einer reinpfutzen eigentlich. Let's go at home! Alter, das ist echt so geiles Baguette, oder was? Ist doch lecker. Okay. Bonusschaden! Der ist Immune. Der hat die Gasmaske an. Boah, hätte man eigentlich vor, so auf selbst aufkommen können. Ne, das stimmt. Der hat 500 Leben. Scheiß die Wand an der Wand. Scheiß die Wand an, Jörg, was ist denn jetzt? Oh, shit. Das ist jetzt. Oh, shit! This app is gonna fuck you up! Wo ist er denn wieder? Ja, äh, weh. Wie Taco. Weh wie Taco. Ja, dann, äh... Vielleicht so erst mal, dass er brennt. Ah, okay. So, und der macht jetzt den oberen Schafter noch nicht ganz, der muss erst mal heilen. So. Ja. Ja, und ich geb ihm. Und... Oh, die haben schon mal drauf. Oh, lol. Alter. Wenn die brennen, sieht das so geil aus. Was macht's? Ach so. So. Der wird schäupt nämlich wenigstens, weißt du? Ach so, ja stimmt. Der kann nicht die Drohne entfallen, ne? Scheiße, ohne Spaß. Scheiße. Wir brauchen einen Heiltank erstmal. Okay. So, kippe. Er ist denn nett, oder er ist denn? Er ist denn nett, oder? So. Jetzt seid ihr noch 86. Jetzt kommen wir mit einem Schuss. Können wir den weg machen. Genau gereicht. Perfekt. Ich glaube, er braucht keine Heilung. Alles klar. Und... BING CHU! Perfekt! So. Und Jiu-Jitsu. Ah, kann sie richtig taktisch bei Vorgehen beim Spielen, ey. Jetzt sind wir wieder... Beträubt. Oh, ja. Gib ihm, Bottas. Haben wir da Gerechtigkeit? Oh. Oh. Okay. Grend auf jeden Fall nochmal. Dann hauen weg. Der sieht so mitleidserregend aus mittlerweile. Mittlerweile schon, ja. So, und jetzt machen wir den Gas weg. Kein Denken. Du denkst, wir waren zu hart, Ono? Wer ist der Kling? Er ist da oben. Er ist schlecht. Gute, dass meine Medizin-Skills plus 4 sind. Wir werden den Wälder wieder reparieren. Ihr seid nach vorne. Alles klar. Wir ab nach oben. Gerne retten Carmen. Bald 11 Fuß. So, was haben wir jetzt noch? So aus wie die von Link. Er hat nach hinten gegelte Perücke. Geil. Sonst noch was? Geil. Die Prinzessin wird nur gegratet. Ich mach. Nur Zeit der Seil. So, und... Da. Du erhalts hier doch nur 20 TP, sagen du einen Bogen benutzt. Fügt 8 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Oder? Ich esse das auch. Weil die Flicken kann... Den einen Flick kannst du ja trotzdem da drauf machen mit den MP. Ja. Ja. Ich finde das auch ziemlich gut. Das muss man anziehen. So. Da. Die war gut. Und einen Bogen benutzt man momentan eher als die Nachkampfkraft. Oh, Moment. Ja, das stimmt. Oh. Klop, 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 klop. Wird geladen. Das war dann gegen Jimmy selbst kämpfen. Wir müssen zur Prinzessin kommen. Verschlossen. Warte mal, hör mal. Sie werden jetzt die Prinzessin vergewaltigt werden. Warte mal. Sie werden die Prinzessin vergewaltigt werden. Jetzt bin ich gescheitert. Er hat einen Prinzessin gescheitert. Moment. Ich glaube du die Statue hättest... Ah ne, du kannst das Ding da abschießen. Ja, genau. Jetzt müsstest du da rüber laufen können, oder? Ne, noch nicht. Doch, jetzt. Schon jetzt? Die Lampe? Ach so. Ach so, meinst du Gott, wenn wir euch treffen? What the fuck? Jetzt kann es hier bestimmt benutzen oder sein, oder? Weiß ich noch nicht. Ah, so. Ja. Jawoll. Oh, Level 5. Wuhu. Keine, du kamen zurück. Oh, wie das da aussieht, ey. Ich hatte den Move voll geil. Noch mal einen geilen Sticker. Hab ich gerade gesehen. Oh, ja. Für welche war der denn? Ähhhhh, ne. Da ist es irgendwie bei perfekten Anrufen. Nö. Vielleicht hab ich jetzt grad nicht drauf geachtet, wenn ich echt bin. Ich auch nicht. Ohhhh. Aber hier. Ne, die sind alle gleich, wa? Was ist denn da oben? Oh, fertig. Was für eine denn? Oh, cool. Beschneide-Sense. Doch, können wir, oder? Ja, die können wir schon. Oh, geil. Sollen wir uns den Punkt auch versparen? Warte mal. Jetzt rennt Rüstung und Schilder von deinem Ziel. Ja? Ja? Ja, von mir aus, klar. Alles klar. Alles klar. Also, schon wieder durch. Oh. Oh, 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 oh. Ich kann nicht durchlaufen. Die Tür erscheint, so kann ich nicht den Knopf. Du kannst nicht den Knopf behalten, das ist falsch. Ja, ich kann. Ich habe den Stick der Wahrheit, das bedeutet, dass ich das Universum kontrolliere. Und ich sage, dass der Knopf behalten ist okay. Hahaha. Kann er das tun? Er hat einen Stick der Wahrheit, er kann was er will. Verdammt! Es muss noch einen anderen Weg in diese Runde sein. Hey, lass uns auf. Du kommst nicht hier, die Lade ist hier mit mir und ich bin sicher, dass die Scheiße nicht kommt. Wahrscheinlich. Ne, er macht schon. Ne, der Rest hätte dann morgen. 15.30 Uhr. Oh ja, Kenny ist zum Glück nicht vergewaltigt worden. Ciao. Tschüss.